Musik Wir Messdiener wollten im nächsten Herbst nach Rom fahren und deshalb schieben wir den Hilfs-Nikolaus, um dort vor Ort Abendessen oder Eintrittsgelder zu bezahlen. Musik Das funktioniert, indem die Jugendlichen sich schon in aller Herrgottsfrüh auf den Weg machen, bevor es zur Schule geht. Und sie machen es ja ehrenamtlich. Und das ist nicht selbstverständlich, in heutiger Zeit schon morgens in aller Herrgottsfrüh aufzustehen um halb fünf, um dann den Leuten eine kleine Freude vors Haus zu stellen, den Nikolaus, den wir heute ja feiern. Musik 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 Musik